ja hallo und herzlich willkommen heute im stadtpark vom dicken mammutbaum ich wollte einfach mal ein bisschen die location wechseln weil ich es kann weil es einen 9 euro ticket gibt und ich gedacht habe dann fahre ich doch mal sinnlos bus weil ich es kann und heute hier im stadtpark das ist einer unserer dicksten mammutbäume hier in baden baden wirklich ein beeindruckendes exemplar dürfte auch eine der massenreichsten pflanze in ganz baden württemberg zusammen mit anderen mammutbäumen in baden württemberg sein aber jedenfalls an die gesamtmasse vom vom mammutbaum kommt tatsächlich nichts anderes ran ja ich dachte mir es ist mal wieder an der zeit ein paar kommentare zu kommentieren das sind ein paar gute ein paar nicht ganz so gute und vor allen dingen relativ viel in richtung waldzustand und ob denn nun schlimm ist oder ob der nicht schlimm ist und da wollte ich einfach ein paar kommentare zu abgehen das ist jetzt nicht so ein unglaublich langes kommentare kommentieren brett hoffe ich und noch wir legen los und zwar mit dem folgenden kommentar ich blende euch die auch jeweils ein wenn ich daran denke der rat wegen des fuchsbands wurms nur pflanzenteile oberhalb von kniehöhe zu ernten hat dummerweise einen gedanken fehler beziehungsweise es fehlt ein entscheidender gedankenschritt pflanzen wachsen manche davon schnell und die eier des wurms sind monatelang infektiös und selbst ich selbst verwende brennesseln in wahren massen aber auch nennenswerte mengen knoblauchrauke und klättiges labkraut die allesamt recht rasch beachtliche höhen erreichen können wenn da vor drei wochen ein fuchs oder hund draufgekackt dann hängen die bandwurmeier nun schon locker in mehr als hüfthöhe an der pflanze gut den rest können wir uns glaube ich sparen der wesentliche knackpunkt bei dieser hoch überlegten aussage und bei meinem katastrophalen denkfehler ist dass hier der kommentarschreiber offensichtlich keinerlei ahnung hat wie pflanzenwachstum funktioniert pflanzen wachsen und das durchaus auch schnell aber nicht etwa aus dem boden nach oben sondern immer von der spitze ausgehend ja also das ist relativ nehmen wir uns hier mal ein ein miniaturbäumchen das ist ein kleiner efeu so wie wächst er jetzt wächst er aus dem boden raus und diese teile werden dann immer weiter hochgehoben von der ganzen pflanze die hier immer noch weiter aus dem boden rauskommt wenn der das machen würde abgesehen davon dass ein efeu natürlich am baum hoch rankt und dann da wächst ja jetzt tun wir mal so als sei unser efeu kein efeu sondern eine andere krautige pflanze ja wenn er das tun würde dann wäre es richtig ja der fuchs macht hier drauf und das wird dann später hochgehoben und so weiter und so weiter und dann bringt es einem nix dass man die pflanzenteile in hoher höhe erntet da hat dann der fuchs möglicherweise trotzdem eben also da klingt dann möglicherweise trotzdem noch fuchs dung dran es gibt zu dieser thematik eine ganz lustige geschichte beziehungsweise eine lustige frage aus der jägerprüfung ich weiß nicht ob die da noch drin steht aber früher gab es die zumindest die hat gelautet wenn sie ein vogelhäuschen in einer höhe von x meter am baum anbringen sagen wir es einfach mal 1,50 m und der baum hat ein höhenwachstum von 40 cm pro jahr sie kommen nach 20 jahren wieder auf welcher höhe befindet sich ihr vogelhäuschen na wer weiß es richtige antwort ist ein meter 50 weil sich das holz nämlich nicht weiter ausdehnt und nicht die wurzel den baum nach oben also nicht die wurzel holz produziert was dann den gesamten baum nach oben schiebt sondern der wächst immer von der spitze ausgehend gilt für jede pflanze pflanzen haben ein apikalmeeristem was ist ein apikalmeeristem das ist die jeweils oberste knospe einer pflanze und da ist das hier ein relativ mieses bei aber nehmen wir mal an hier das oberste blatt hätte wäre die oberste knospe des baums ja jetzt in der vegetationsphase ist das ding als blatt ausgebildet spätestens kurz vor winter bildet sich dann hier eine neue knospe hier oben und diese neue knospe wird im nächsten jahr austreiben und sich nach oben bewegen von dieser verzweigung ausgehend ja die verzweigung selber die wird nicht weiter nach oben gehoben sondern von der verzweigung ausgehend bildet sich ein neuer trieb obendrauf so und im nächsten jahr bildet sich wieder ein neuer trieb obendrauf und da bildet sich dann wieder im nächsten jahr ein neuer trieb obendrauf und die fuchskaka die von was weiß ich wie vielen jahren hier unten drauf gesetzt worden ist ist immer noch hier unten ja also ich musste wirklich lachen bei diesem kommentar also ein derart überzeugtes unverständnis von pflanzenwachstum ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen auf meinem kanal also wirklich selten entschuldigung aber es ist schon ein bisschen doof ja also mag ja ansonsten ein sympathischer mensch sein der kommentarschreiber keine frage aber 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 ganz ehrlich das ist schon also da muss man da muss man einfach nur der pflanze ein kleines bisschen zugucken aber muss einfach irgendeine topf land sind die jetzt nicht unbedingt eine grundständige blatt rosette hat muss man zugucken wie die wächst und schon weiß man dass das völliger mumpitz ist daher musste ich da schon ein klein wenig lachen ja ich muss das natürlich niemandem erklären da wie eine pflanze wächst dass die sich nicht immer weiter aus dem boden schiebt und immer höher wird weil sie sich immer weiter aus dem boden schiebt und die unteren teile irgendwann ganz oben sind das ist das ist so selbsterklärend dass ich da wirklich lachen musste ja ansonsten würde noch der leber egel erwähnt ja der leber egel ist auch noch mal so ein thema dass man deswegen auch potenziell zumindest sagen kann ich man keine pflanzen vom waldboden oder von welcher höhe auch immer weil ich mir den großen leber egel einfangen könnte das ist halt allgemeines lebensrisiko aber wer sich auch mal von pflänzchen am wegesrand ernähren möchte und da mal naschen möchte der hat tatsächlich ein gewisses minimales restrisiko sich da irgendwie noch möglicherweise parasiten einzufangen aber da war jetzt schon beim thema sind möchte ich noch mal kurz den fuchsbandwurm ansprechen beim fuchsbandwurm das ist ein uraltes video von mir gewesen also wirklich ganz ganz alt ist vielleicht in den ersten in den ersten 20 die ich je gemacht habe und das ist wirklich schon eine weile her da kann man grob zusammenfassend folgendes der fuchsbandwurm ist eigentlich eben ein bandwurm der tatsächlich gerne in den fuchs möchte das allerdings über den zwischenwirt maus im regelfall tut und dann eine maus also auf gut der wurm infiziert die maus die maus wird dadurch langsamer und verwundbarer wird dann eher vom fuchs gefressen dann landet der wurm im darm vom fuchs und da will er hin und da kann er sich dann in den darm hängen sich von den nährstoffen die da so vorbeigeführt werden wenn halt im darm was verdaut wird ernähren und nach und nach produziert er dann eihaltige segmente die dir quasi als stück seiner selbst als letztes ende vom wurm sozusagen abgegeben werden mit dem fuchsgut nach außen befördert werden hoffentlich von irgendeiner irgendeine maus infizieren die dann wiederum geschwächt wird von einem anderen fuchs gefressen und auf dem wege hat sich der fuchsbandwurm dann fortbewegt beziehungsweise ausgebreitet je nachdem wie man das dann nennen möchte so und das problem ist dass es eben auch sein kann die infizierte maus eben auch vom haustier gefressen wird oder alternativ das haustier mit dem direkten fuchskot in verbindung kommt dass also der zwischenschritt über die maus als zwischenwirt gar nicht stattfindet und sich das tier einfach irgendwo am waldboden wälzt jetzt in besonderen hund ist da häufig relativ prädestiniert und dann ist er dreckig und dann hat er fuchs bandwurm eier das hat er dann im fell hängen so jetzt geht der hund nach hause zusammen mit herrchen frauchen was auch immer dann wird er gebürstet dann stäubt dieser eiersalat führungszeichen aus dem fell aus fliegt als eierstaub in der luft rum und wir atmen das ein so und dann kann es das ist die häufigste infektionsursache tatsächlich dazu kommen dass dadurch dass wir den fuchs bandwurm ein das fuchs bandwurm eingeatmet haben dass wir uns dann damit infizieren das ist tatsächlich die häufigste infektionsursache so da habe ich mir jetzt noch mal ein paar aktuelle informationen besorgt was denn eigentlich gerade bekannt ist und nicht bekannt ist das variiert ja tatsächlich immer mal ein klein wenig also hier sehen wir jetzt noch mal den entwicklungszyklus ja geht oben rechts bei 1 los das ist der normale bandwurm der im fuchs hockt so soll das sein dann gibt der eben in seinem letzten dicken fetten segment da rechts im bild eier in kot des hauptwirtes ab also sprich fuchskot aus denen schlüpft dann bei konsum des kotes also der kot bleibt an irgendeiner pflanze hängen irgendein tier in diesem fall hier beispielsweise ein schaf kann auch häufig eben eine maus sein kommt mit dem kot in berührung verschluckt dann so ein ei das ei hat eine kalkhülle die kalkhülle wird im magen desjenigen der das ei verschluckt hat aufgelöst dabei kommt eine onkosphäre raus die schlüpft sozusagen und durchdringt dann die darmwand des zwischenwertes wohlgemerkt nicht des endwertes da will sie an den darm beim zwischenwert will sie nicht in den darm so dann hat sie die darmwand durchdrungen wandert in die leber oder andere organe in unserem fall also weil der mensch infiziert ist dann ist es fast immer die leber 98 prozent der fälle so und da bildet sie dann eben dieses lustige gebilde was wir hier sehen können bildet von da aus dann wieder weitere finnen aus und die finnen sollen jetzt zur weiteren verbreitung beitragen und auch eben zur schwächung des zwischenwirts beitragen der dann gefressen wird von hoffentlich dem fuchs woraufhin dann wiederum der fuchs infiziert ist und der wurm da ist wo er hingehört dummerweise sind wir halt eben kein zwisch geeigneter zwischenwert wir werden also dementsprechend auch nicht abgetötet und werden auch nicht vom fuchs gefressen bei uns ist das also ein lebenslanger prozess daher wächst der wurm auch nur sehr sehr langsam der kann sich bei uns nur sehr schlecht vermehren und wohnt in der leber und wird dann nach und nach immer mehr nekrotisches tumor parasitäres gewebe ausbilden was dann letztendlich wie ein tumor in der leber funktioniert so und jetzt noch mal ganz wichtig wie wird jetzt dieser wurm normalerweise aufgenommen beziehungsweise die eier aufzunehmen ist für uns als auch pflanzenfresser durchaus gar nicht so unrealistisch dass wir ein infiziertes anderes tier mampfen und dabei aus versehen das gewebe mit den eiern beziehungsweise mit den finnen des wandwurms essen das ist eher sehr sehr unwahrscheinlich da müssten wir ganze mäuse verschlucken oder wirklich wir sehen ja dass das gewebe infiziert ist das sieht überhaupt nicht lecker aus wenn man versuchen würde das zu essen das heißt beim fleischverzehr ist die chance sich einen wandwurm zu holen relativ gering sind keine meines wissens keine fälle bekannt dass das über den fleischverzehr mal passiert wäre hingegen beim verzehr von pflanzen da könnte eben der direkte kot und damit die eier die ja dann in der magensäure aufgelöst werden und dann infektiös sind diese dabei rauskommenden onkosphären sind ja infektiös das könnte uns als mensch auch passieren so und jetzt regnet sie auf meinem dachfenster ich hoffe das stört nicht allzu sehr und man versteht mich noch aber ja wie vielen leuten passiert das das wäre noch wichtig zu erwähnen das dürften so was zwischen 40 und 70 pro jahr sein das ist gar nicht mal so wenig aber wichtig 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 haupt infektionsursache und es ist sehr sehr umstritten ob das überhaupt möglich ist sich über die aufnahme von bären im wald zu infizieren haupt infektionsursache ist die aufnahme der eier die aus einem fell von einem haustier aufgestaubt werden ja ganz wichtig das darf man auf keinen fall vergessen bärchen fressen da gibt es zumindest keinen nachgewiesenen fall dass das mal ein fuchsbandwurm verursacht hätte kann natürlich trotzdem sein und man sollte auf nummer sicher gehen keine frage aber es gibt zumindest keinen nachweis so und ansonsten fällt das dann unter allgemeines lebensrisiko und ich dachte das konnte ich jetzt hier mit diesem voice over vielleicht ein bisschen besser zusammenfassen als das was ich ursprünglich vor ort aufgenommen habe das ist nämlich alles ein bisschen zu ausführlich bzw zu um den heißen brei herum wenn man ihn hat hat man ein problem das ist eine schlimme schlimme krankheit etwa vergleichbar mit krebs also nicht so lustigen krebs nicht so ein kleiner freundlicher sondern schon so wirklich den man nicht so gerne haben muss ja und ja das macht keinen spaß aber die chance dass man eben tatsächlich über bären verzehren fuchsbandwurm bekommt egal ob da jetzt der fuchs vorher drauf gekackt oder nicht ist und das kann man ja schon versuchen zu vermeiden dass man nicht direkt die ist bei denen das passiert ist das dürfte auch geschmacklich nicht unbedingt eine bereicherung sein aber das risiko ist sehr 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 gering also wer gerne waldbeeren ist und daraus ein mehrwert für sein leben ziehen kann dem würde ich auf jeden fall raten lieber waldbeeren zu essen und daraus ein mehrwert fürs leben zu ziehen als jetzt aus angst vor dem fuchsbandwurm sich nicht mehr wo die haustür zu trauen solche späße das gilt ja für viele gefahren die statistisch gesehen nur sehr 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 klein sind man kann sich wegen jeder noch so kleinen ding in die hose machen und eben im kleinen stillen kämmerlein einschließen oder man riskiert zeit nun mal ein gewisses lebensrisiko gehört zum leben dazu wäre das leben nämlich irgendwann mal vorbei dann hätten wir ein problem noch mehr überbevölkerung sowieso schon haben und das ist auch ganz bestimmt nicht im sinne der natur dass irgendwas anfängt und sterblich zu werden daher ja das zu diesem interessanten kommentar schon ist schon echt ein bisschen lustig muss ich sagen so zum einstieg war das sondern haben wir hier noch mal das hand thema das hand thema habe ich schon ein paar mal angesprochen aber weil das hand thema mich einfach nicht in ruhe lässt beziehungsweise in form von hand freunden immer mal wieder aufgegriffen wird möchte ich das thema hand jetzt doch noch mal kurz ansprechen ich versuche das einigermaßen kurz zu halten der kommentar ist aber relativ lang ich lese ihnen trotzdem mal vor ihr könnt ja mal mit überlegen ob da und wenn ja welcher oder welche möglicherweise dinge die mit denen ich nicht einverstanden bin also drin stehen ja ich will gar nicht sagen dass das schlimm ist ist es auch nicht kann man schon so schreiben kann man auch glauben und kann man wegen mir auch verbreiten ich bin nur anderer meinung so hand ist eine einjährige pflanze zumindest in unserem breiten garten meines wissens habe ich irgendwie erzählt dass es unter umständen auch mehrjährigen hanf gibt ja dass das gibt es auch unter umständen aber ja tatsächlich eben nicht auf dem acker seit jahrtausenden nutzt die menschheit hanf ist vielseitig nutzbare pflanze mit ein mehrfach mit mehrfachen nutzen in einer pflanze sie haben mal das gegenteil behauptet das so aber nicht stimmt doch es gibt zwar verschiedene züchtungen aber traditionell wird die gesamte pflanze genutzt und man kann auch immer noch so kann auch immer noch so gezüchtet werden die samen können zur ernährung genutzt werden die faser gleichzeitig zu textilien verarbeitet werden und die zellulose zur papier herstellung nebenbei kann das harz entweder klassisch als medizin oder auch als klebstoff verwendet werden ja es lassen sich auch hervorragende verbundstoffe aus den fasern herstellen ähnlich wie karbonfasern ja ja klar nur etwas besser klar ist besser als kaputt die ersten und die wirklich echten jeans sind aus hand und nicht aus baumwolle selbst heutzutage werden die besten stängeln und seile für die seefahrt aus hand hergestellt ja nicht etwa aus irgendwelchen hochleistungs kunststoffen nein nein hand kann die baumwolle ersetzen selbstverständlich baumwolle ist ja auch so ineffizient dass es ja ursprünglich mal den hand abgelöst hat und ist eine sehr vielseitige pflanze bei der es tatsächlich möglich ist auch ein produkt mehr als nur einen nutzen zu gewinnen ja das ist das sensationell ja dass das kann kaum eine pflanze ja es gibt einen verschieden es gibt ein verschiedene bücher zu dem thema und auch warum hand verboten worden ist es wurde nicht nur wegen der berauschenden wirkung verboten sondern auch aus ganz anderen gründen mitunter seiner vielseitigen anwendungsmöglichkeiten verschiedene interessens gruppen zum beispiel tabakindustrie alkoholindustrie baumwollindustrie ölindustrie pharmaindustrie und so weiter und so fort bäube sind aber auch cool sonnenbrillen smiley und peace ja also worauf ich vor allen dingen mal eingehen möchte ja pflanz ist quatsch hanf ist toll ist eine tolle pflanze gar keine frage sollte sicherlich mehr bedeutung in unserer kulturlandschaft bekommen da ist man auch oft dabei dass die ja immer mehr angebaut wird jetzt mal vom vom von der psychoaktiven wirkung von dem zeug mal völlig abgesehen das lassen wir jetzt mal ganz außen vor die sache mit dem heilmittel gegen bestimmte sachen ja aber längst nicht gegen alles das war ja auch mal so ein lustiger trend das cbd also diese cannabidiol geschichte da das zeug was einen nicht unbedingt high macht also nicht psychoaktiv ist sondern nur gesund dass das dann mal eine zeit lang so total gehypt wurde und angeblich alzheimer heilt krebs den tod dummheit das wohl nicht tschuldigung das weiß böse aber jetzt im ernst da ist nicht allzu viel dran ja das cbd heißt das so also dieses cannabidiol gedöns cannabidiol gedönse das ist sicherlich für vieles gut aber längst nicht für alles wann immer irgendjemand mit einem wunderheilmittel mit dem man plötzlich jede erdenkliche krankheit heilen kann um die ecke kommt das gibt es nicht du kannst nicht jede erdenkliche krankheit mit ein und demselben idealen tollen wunderstoff den man jetzt seit jahrtausenden auf einmal in der natur entdeckt hat die natur hat also nur darauf gewartet uns einen wunderstoff zur verfügung zu stellen der plötzlich sämtliche krankheiten halten das ist so ähnlich wie die typen denen du jetzt 5000 euro gibt und in einem jahr bekommst du 100.000 euro zurück garantiert weil nur wir kennen den trick mit dem man so kuck zuck ohne jemals arbeiten zu müssen sofort sein geld für 50 waren kann also so in etwa in diese kategorie gehen auch solche heilsversprechen wenn ein und dasselbe produkt als 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 ultimatives heilmittel dargestellt wird und so weiter und so fort dafür ist die biologie viel zu komplex es gibt viel zu viele unterschiedliche ursachen für viel zu viele unterschiedliche krankheiten als das ist ein wundermittel dann danach sucht die menschheit ja schon seit seit immer der heilige gerade oder was für ein blödsinn auch immer aber das gibt es schlicht und ergreifend nicht und bevor sich jetzt die handfreunde wieder auf aufregen ja cbd ist ein eingetragenes und zugelassenes arzneimittel nämlich für bestimmte formen der epilepsie und kann vielleicht noch für andere sachen durchaus nützlich sein da ist man noch dran an der forschung bewiesen ist da noch nix und alles andere ist jetzt erst mal wirklich nur ein gerücht so also nur dass man jetzt nicht mich völlig falsch versteht das ist schon nützlich das zeug aber nicht universell alle probleme der welt lösend ja aber noch mal zu diesem diesem absatz hanf ist vielseitig nutzbare pflanze mit mehrfachen nutzen in einer pflanze sie haben mal das gegenteil behauptet das so aber nicht stimmt doch doch und das habe ich leider auch neulich im live stream angesprochen jetzt kann es sein dass das relativ präsent vielleicht noch bei euch ist dann tut es mir leid wegen der wiederholung für alle anderen die das irgendwie außer der reihe gucken kann man auf jeden fall noch mal kurz darauf hinweisen pflanzenwachstum funktioniert erstens nicht aus dem boden wird dann immer höher haben wir ja schon gehabt sondern funktioniert folgendermaßen ja eine pflanze kann je nachdem wie viel photosynthetisch aktive biomasse die hat also auf gut deutsch wie viel grüne pflanzen masse die licht ab bekommt das sind die voraussetzungen bei sehr guter wassersättigung heißt so viel wasser wie sie sich nur wünschen kann ist verfügbar dann kann sie menge x photosynthese produkt produzieren das hängt davon ab wie viel sonnenschein dann schlicht und ergreifend da ist beziehungsweise wie viele stunden hell hast du also meinetwegen 16 tage 16 stunden licht im sommer dann kannst du relativ viel photosynthese produkt erzeugen es sei denn das wasser geht hier aus aber jetzt gehen wir wie gesagt davon aus wir hätten jetzt beliebig viel wasser es handelt sich um eine landwirtschaftliche kultur die zur not auch noch bewässert wird sollte das wasser knapp werden so ja das heißt da kommt jetzt also eine relativ hohe menge von photosynthese produkt bei rum was ist photosynthese produkt erst mal zuckerglucose um genau zu sein c6 hat 12 u6 so und das kann jetzt in der pflanze zu allen möglichen krempel umgebaut werden zusätzlich nimmt sie über die wurzel noch stickstoff auf ist gerade insbesondere für alle möglichen sachen die der hand so macht sehr sehr wichtig davon braucht relativ viel sie dem kalzium magnesium phosphat eisen und so weiter und so fort auf alles mögliche aus dem boden aber im wesentlichen ist der grundbaustein immer der zucker beziehungsweise die glukose c6 hat 12 u6 so und die kann jetzt umgebaut werden eben auch noch mit den anderen stoffen von vom sekundären stoffwechsel der pflanze nennt sich das ganze zu allem möglichen ja und das heißt du kannst jetzt aus dem zucker einfach cellulose bauen ja das ist dann diese faser die erheblich besser ist als carbon faser ich weiß nicht in welcher hinsicht die bitte besser sein soll als carbon faser als sofort fahren die rennradler auf der tour de force mit dem tour de force tour de france nicht nur mit doping sondern auch mit handfahrrädern ja das ist bestimmt besser als das was sie bisher hatten gut aber ja der 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 punkt ist dass die pflanze wirklich nur das was sie ein ausgangsmaterial zur verfügung hat auf ihr gesamtes wachstum verteilen kann sondern es kann sich eine pflanze je nachdem wo sie steht je nach sorte je nach genetik je nach anpassungen je nach lebensraum auf unterschiedliche art und weise an ihrem grundpool von ressource bedienen pflanzen organe die da eine rolle spielen sind wurzel das heißt es kann die wurzel vergrößert werden dann die sprossachse das heißt man kann in die höhe wachsen beziehungsweise wenn man ein baum ist dann ist es ein stamm und keine sprossachse aber auch da kann man in die höhe wachsen ist man ein baum kann man alternativ auch in die dicke wachsen ist man kein baum kann man das nicht da kann man nur in die höhe wachsen und mehr wasser im stengel einlagern dann quillt ja noch ein stück weit auf aber irgendwo schluss noch dicker als aufgequollen kann der nicht werden der wird nicht mehr sekundär dicker ist ganz wichtig das können nur holzpflanzen weil nur die haben ein cambium habt ihr vielleicht schon mal gehört in irgendeinem anderen beitrag von mir wenn ich könnte das mal googeln so oder in die blätter das heißt wir produzieren mehr laub wir erhöhen unsere photosynthetisch aktive biomasse damit wir dann möglicherweise im nächsten jahr oder auch erst nächste woche oder schon eher schon nächste woche oder morgen je nachdem wie schnell das funktioniert mit der ausbildung neuer blätter noch mehr photosynthese machen können und mehr netto verwendbaren zucker bekommen mit dem anderen krempel anstellen können das sind die drei hauptorgane geht es noch in den reproduktionsbereich hat die pflanze noch die möglichkeit blüten zu produzieren entweder viele oder wenig ja das hängt davon ab machst du viele blüten hast du weniger kraft übrig um zum beispiel noch höher zu werden oder eine bessere wurzel auszubilden oder zusätzliche blätter zu machen hast du aber zum beispiel auch in der frühzeit deiner entwicklung eine blüte macht man ja normalerweise am schluss gerade als einjährige pflanze die nicht so lange hält und dann wieder von sich aus das zeitliche segnet ist die blüte sozusagen die krönung des wachstums und findet am ende statt ja und jetzt ist die frage wann ist das ende des wachstums ja will die pflanze erst besonders groß werden damit sie das resultat hat das denn ihre blüte besonders weit oben in der landschaft hängt und vielleicht eher angeflogen wird von bestäubern oder macht sie sehr sehr frühe blüte dafür eine sehr sehr große blüte weil sie weniger energie verschwendet in anführungszeichen hat um besonders hoch zu werden oder besonders viele blätter auszubilden das ist immer ein sogenannter trade-off man kann nicht alles haben man hat nur so und so viel netto zucker zur verfügung und dem muss man aufteilen macht man eine fette blüte ist man kleiner macht man eine kleine blüte kann man vorher sehr groß werden macht man super viele blätter hat man sobald die da sind nur noch größere photosyntheserate hat dann aber den haken dass man vielleicht gar nicht mal mehr so lange lebt weil man nur eine einjährige pflanze ist dass man davon was hat und muss dann trotzdem nur eine kleine blüte bauen weil man zu früh zu viel zu spät noch sinnlos in viele blätter investiert hat auch das gibt es einzelne pflanzenindividuen die einfach eine fehl ressourcenallokation betreiben das nennt man deshalb begriff dafür ressourcenallokation also die verteilung der verfügbaren photosynthese primärprodukte letztendlich ja und das äußert sich eben gerade insbesondere beim hanf ganz hervorragend eben darin dass der bei einem sehr guten wachstum trotzdem nicht alles machen kann du kriegst also keinen sehr sehr großen hanf mit langem stängel der viele fasern liefert carbonfasern der gleichzeitig viele blüten hat und gleichzeitig auch noch viele samen hat und das alles kannst du gleichzeitig nutzen das kriegst du nur so weit hin das gibt es es gibt an pflanzen die alles drei im gleichen verteil im gleichen maß produzieren aber dann hast du im endeffekt ein hanf der hat ein ganz paar samen die wirtschaftlich nicht wirklich sammelbar sind weil das so wenige sind dass der aufwand die zu sammeln maschinell wenn du sie nicht von hand auf sammeln möchtest was natürlich noch teurer ist quasi viel zu hoch ist da bräuchtest du eher ein samenhanf dann lohnt sich auch dann kriegst du viele samen raus dann kannst du an füllen machen kannst du teuer verdicken an leute die draufstehen und hast einen mordsgewinn gemacht ja dann lohnt sich das willst du hingegen handfasern produzieren dann kannst du mit dem blühenden und samentragenden hanf nix anfangen weil damit der viel blüht und viel samen hat hinterher viel samen hat dann nur nämlich nur wenn er viel geblüht hat ja das weiß auch jeder der schon mal jemals im garten irgendwas sinnvolles getan hat außer zu gießen oder mit der top pflanze oder was auch immer dann haben wir da eben das problem dass das nur eine sehr kleine pflanze ist ja und die hat dann vielleicht blüten und dann samen und so weiter aber die hat dann keinen nennenswert nutzbaren stengel mehr denn eine vernünftige qualität an langen handfasern geben würde mit dem man dann tatsächlich seile und ähnliches herstellen kann so und das ist ein grundgesetz der natur dass du eben einfach es gibt nicht genauso wenig wie es das universelle heilmittel für alles gibt gibt es auch nicht die universelle in jeder hinsicht einfach nur toll pflanze die irgendwie plötzlich fünf mal so viel fotosynthese macht bei nur ein drittel der fläche in so ein quatsch das gibt es einfach nicht fotosynthese nutzt bestenfalls 1,5 prozent vom einkommenden sonnenlicht also der energie davon von 1,5 prozent was besseres hat die natur nie erfunden was besseres war aber auch nie notwendig muss man auch noch dazu sagen ja also die die notwendigkeit eine noch effizientere fotosynthese zu erzeugen ist absolut nicht notwendig wenn nicht guckt euch mal einen tropischen regenwald da wo er noch steht an das ist genial und das funktioniert auch mit 1,5 prozent wirkungsgrad vollkommen ausreichend und vollkommen zufrieden bis zu 1,5 prozent muss ich noch mal dazu sagen ja vollkommen ausreichend vollkommen zufriedenstellend ja also nö dieser dieser lobgesandt auf haben von wenn man da jetzt eine andere pflanze meinetwegen bambus einfügen möchte da haben wir auch wieder das problem dass zum beispiel bambus eben nur ein rohr ist das heißt wenn bambus unglaublich schnell wächst und wenn jetzt das höhenwachstum von bambus mit dem höhenwachstum von einem baum vergleicht dann hat da ist das ganz paar unterschiedliche paar schuhe hast du einen baum der hat keine ahnung 20 meter hoch ist und meter dick dann hast du eine meter dicke 20 meter hohe holzwalze im grunde ja also abgesehen davon dass natürlich oben spitz zuläuft aber das ignorieren wir jetzt basis halber mal hast du das gleiche mit einem bambus abgesehen davon dass es keinen bambus gibt der ein meter dick wird dann hast du ein rohr von der gleichen gleichen dimension das ist viel weniger biomasse da lässt sich viel weniger brett letztendlich raussägen du kannst aus einem bambus ein paar halbrohre machen beziehungsweise ein paar vier viertelrohre zwei halbrohre acht achtelrohre und immer so weiter und das war es dann mehr oder weniger auch ja man kann natürlich auch komplett klein schreddern und eine bambus fasermatte draus machen geht auch als der material toll als spanplatten ersatz toll ich will bambus gar nicht schlecht machen bambus ist großartig ähnliches für hanf hast du zufällig gerade irgendwo an faserhanf und macht eine dämmstoffplatte draus die dämmt hervorragend ist schneller beziehungsweise mit einem möglicherweise günstigeren material als holz hergestellt das heißt aber nicht dass man deswegen das nicht auch mit holzwolle machen könnte und je nach situation ist holz die effizienter wachsende pflanze warum ja ganz einfach das habe ich auch schon mal relativ ausführlich erklärt keine andere pflanze ist in der lage so eine große photosynthetisch aktive biomasse aufzubauen und von dem was dabei rauskommt doch so relativ viel in einem sehr sehr langlebigen in einer sehr sehr langlebigen pflanzenfaserkonstruktion nämlich holz dahinten steht zu speichern also bäume mögen nicht nur auch sind auch cool ja aber es ist einfach quatsch es ist blödsinn also und auch wenn man dann mal irgendwann tatsächlich in mit etwas mühe vielleicht ein entsprechendes buch gelesen hat in dem so was drin steht ja heißt das ja nicht zwingend dass das dann unbedingt ein gutes buch gewesen sein muss ach das muss man natürlich auch noch mal dazu sagen aber jetzt will ich echt nicht weiter schimpfen ich bin ein kleines bisschen fies bei solchen kommentaren und 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 das ist ja sicher lieb gemeint und ja und alles gut und tatsächlich hier sonnenbrillen smiley und diesen da wenn es recht ist aber 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 ich bin halt nicht einverstanden dass das so funktioniert die natur einfach nicht es gibt die ultra pflanze nicht dann möchte ich noch mal kurz erklären warum es kein universal hanf gibt es gibt schon eine züchtung von hanf die relativ viel faser relativ viel samen relativ viel blüte und so weiter und so fort produziert nur ist das halt wirklich ziemlich unwirtschaftlich dieser universal hanf das deswegen spielt der im grunde in der realität keine rolle in der theorie gibt es den ja den gibt es vielleicht auch für den kleingärtner der sich leisten kann händisch seinen hanf zu ernten und dann nicht mit mähträscher oder ähnlichem großen gerät drüber fahren muss aber für die realität beziehungsweise die industrie die letztendlich nun mal in der landnutzung eine große rolle spielt und gerade bei den geringen mengen die du aus einer hanf pflanze rausbekommt egal von was das kannst du nicht händisch machen darum die effizienz die wirtschaftlichkeit des ganzen ist der grund weshalb dieser universal hanf nicht wirklich eine rolle spielt stellst du auf einem hektar sagen wir mal du hast drei hektar zur verfügung pflanzt alle drei hektar mit universal hanf zu dann hast du am ende weniger samen weniger fasern und weniger blüten als würdest du ein hektar blütenhanf einen hektar fasern und einen hektar samen hanf hinstellen dann hast du am endeffekt von allem mehr ja also diese universal pflanze dass da alles mögliche dran wächst was nutzbar ist das ist schön und das mag romantisch sein das mag im ersten moment nachhaltig klingen das ist aber nicht praxis relevant so dann haben wir hier jetzt mal zu denen zu denen ich sag mal berechtigteren kommentaren der andreas l da kann man den namen habe ich nichts auszusetzen schreibt in meiner grenzenlosen naivität frage ich mich ob es wirklich so eine große katastrophe ist es geht ums wichtigen sterben natürlich ist das schön ist das schön unschön anzusehen keine frage natürlich macht es enorme probleme bei der holzbeschaffung keine frage aber ist es nicht eine neue chance den wald nach den neuesten erkenntnissen wieder aufzuforsten also nicht nur fichte sondern auch zukunftsbäume das ist quasi wie ein zahnarzt besuchen niemand geht gerne hin es tut tierisch weh wenn ein zahn gezogen wird aber erst dann kann ein neuer zahn wachsen das wäre schön wenn die nah wachsen würden also ich verstehe schon was du sagen willst ja keine frage wenn das falsch ist dann sagt das bitte in eine ähnliche kerbe ja also bevor wir jetzt da nennenswert darauf eingehen haut auch ursula hahn wer redet davon die bisherige generation zu verurteilen weil sie was sie zu verurteilen was sie gemacht haben auch da geht es wieder ums fichten anpflanzen damals das war vielleicht unter den damaligen gesichtspunkten vertretbar oder richtig was ich nicht mehr nachvollziehen kann dass zumindest bei uns in bayern immer noch laubbäume gefällt und dafür nadelbäume nachgepflanzt werden das ist leider kein einzelfall auch wenn es gott sei dank auch gegenbeispiele gibt das geht also so in so eine ähnliche richtung nur hier halt eben dass tatsächlich eben der punkt genannt wird das halt doch immer noch fichten gepflanzt werden wesentlicher knackpunkt in bayern ganz wichtiger knackpunkt ganz ganz wichtiger knackpunkt weil wenn ich davon ausgehe dass damit das richtige bayern gemeint ist also nicht die oberpfalz nicht franken oberfranken und auch nicht unterfranken und schon gar nicht erst auch nicht auch nicht erst wie niederbayern sondern das richtige also wenn man den oberbayer fragt dann wird hat mir jetzt vielleicht recht geben das war jetzt natürlich provokativ wegen mir dürfen auch die franken gerne bayern sein dass das interessiert mich relativ wenig wenn sie das wollen sie wollen ja wahrscheinlich eher franken sein fragen wir mal einen gewissen berühmten franken der da gerade irgendwo in münchen hockt und scheinbar was zu sagen hat und sehr viele grußkarten verschickt wenn jemand geburtstag hat ich glaube er nennt sich ministerpräsident oder sowas das kann man im radio bei uns söder ist der rekordhalter für die meisten grußkarten an leute die in bayern geburtstag haben er verschickt mehr grußkarten als alle anderen 15 ministerpräsidenten zusammen ja gut da man muss ja auch was können böse also jetzt haben wir hier einmal eben die tatsache ist es denn wirklich so schlimm wenn die fichten fehlen und dann noch mal der punkt es werden ja trotzdem noch fichten nachgepflanzt zumindest mal in bayern jetzt gehen wir erstmal darauf ein ist das dann wirklich so schlimm zunächst mal die probleme die genannt sind das sieht unschön aus das ist tatsache da sind wir uns alle einig macht enorme probleme bei der holzbeschaffung richtig und das ist auch ein bisschen der knackpunkt aber es ist nicht eine neue chance den wald nach den neuesten erkenntnissen wieder aufzuforsten und das leider eben nur teilweise grundsätzlich ja wenn einfach nur die fichten weg wären und man hätte sofort jederzeit das personal da die jungen pflanzen da das geld da um da sofort wieder aufzuforsten eben den wald nach den neuesten erkenntnissen dann mit ganz großer vorsicht ja dann ist es tatsächlich eine chance dass der neue dran wachsende wald ein besserer ist aber noch besser als platt machen und noch mal von vorne anfangen wäre gewesen langsamer und vorsichtiger waldumbau man kann nämlich auch in bestehenden wald dazu kommen wir dann nach einem anderen kommentar noch drauf sehr wohl auch schon vorsichtig eingreifen vorsichtig in dem bestehenden fichtenwald ein paar löchlein ein paar lichtschächte sozusagen einschlagen damit licht auf den boden kommt dann kommt davon alleine verjüngung hoch wasserverjüngung doch erstmal fichte weil es steht ja nichts anderes als fichte drumherum aber in diese lichtschächte kann man dann eben sehr wohl auch also ziemlich alles andere rein pflanzen was man dann so haben möchte sofern es nicht allzu lichtbedürftig ist also eine eiche würde schwierig werden habe ich auch noch nie gehört dass jemand für ihn fichte löcher klopft und dann hinterher eichen reinstellt wäre sehr sehr ungewöhnlich aber zum beispiel der klassiker ist der buchenvoranbau ja dass man also hinterher in der nächsten waldgeneration die fichte nicht vollständig verloren hat aber sie mit je nachdem wie viel mindestens mal 20 30 prozent buche angereichert hat 20 30 prozent sollten es schon sein es dürfen auch mehr hängt immer davon ab wie sehr will man einen stabilen wald wie sehr will man einen gewinn maximierten wald man muss das in der forstwirtschaft wenn man es ein bisschen vereinfachen möchte ja ein bisschen sehr sogar vereinfachen möchte aber ganz grob kann man doch ungefähr sagen je mehr buche im wald desto stabiler zumindest galt das noch vor ein paar jahren heutzutage ist man sich ja noch nicht ganz so sicher weil man noch nicht exakt weiß wie die blut buche jetzt letztendlich abgeschnitten hat in den drei dürre jahren ist sie war nicht ganz so gut wie man es erwartet hätte andererseits jetzt erholt sie sich auch wieder relativ schnell habe ich zumindest den eindruck zeigen auch die ersten zahlen weitere experimente beweisen dass auch bei dauerhafter dürre dass die buche dann irgendwann anfängt sich anzupassen andere experimente beweisen das gegenteil wir wissen schlicht und der geist noch nicht so hundertprozentig also summa summa aber meiner meinung nach wenn das interessiert und deswegen guckt ihr das hier ja wahrscheinlich würde ich schon sagen dass die buche nach wie vor erst mal noch klimastabil ist auch für die zukunft erst mal noch geeignet ist das kommt immer darauf an wie schlimm die zukunft eigentlich wird was unter anderem an der politik und an uns allen natürlich auch im wesentlichen liegt gut aber so ein buchen fichtenwald hoher anteil fichte schmeißt hinterher fast so viel geld ab wie ein fichtenreinbestand je nachdem wenn der fichtenanteil wirklich noch hoch ist und die fichten dann durch die buchen bei mir schon sogar besser wachsen da gibt es beispiele dafür und zwar jede menge dass das sogar der fall sein kann muss nicht immer sein aber kann dann hat man sogar den gleichen gewinn beziehungsweise die gleiche wertschöpfung wie man vorher hatte und die buchen sind einfach nur dienende baumarten und werden irgendwann vielleicht noch zusätzlich zu brennholz verarbeitet aber können im grunde auch die ganze zeit stehen bleiben und dienen wirklich nur der verbesserung der biodiversität der erhöhung der stabilität des gesamtwaldes solchen dingen ja also das ist möglichkeit 1 das ist dann eben gewinn maximiert ja man kann aber auch stabilität maximiert vorgehen und setzt da meinetwegen 60 prozent buche in den wald und hat nur noch 40 prozent fichte dann da ist der hauptsächliche wald charakter ihren buchenwald zumal buchen mischbestände auch buchen fichten mischbestände auch in der natur fast zumindest auch in der natur vorkommen das heißt die beiden bäume denen ist es nicht völlig fremd miteinander klar zu kommen es gibt beispiele wie sie die wir nicht konstruiert haben sondern die so auch in der landschaft rumstehen dass die beiden bäume miteinander rauskommen und das macht man sich eben jetzt auch zu nütze dass man viele buchen fichtenwälder oder fichten buchenwälder immer die mengenmäßig häufigere baumart wird zuerst genannt bei solchen bezeichnungen dass man sich das dann zunutze macht um das ganze dann eben entsprechend anzupassen ich möchte da ich jetzt sowieso in die richtung gerutscht bin dazu noch schnell einen kleinen kommentar vorlesen und zwar von jenmü was auch immer warum wurden nicht nach und nach die fichten abgeholzt und andere bäume wie zum beispiel buch oder zukunftsbäume kenne mich da nicht genau aus gepflanzt wenn man das fichtensterben doch hat kommen sehen genau das ist in dieser form auch passiert eben mit dem buchenvoranbau was man nicht gemacht hat und das ist eben auch der knackpunkt einfach die fichten platt machen und dann aus der platt gemachten fläche noch mal neu aufforsten weil und das ist eben auch das große problem beim kommentar vom 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 andreas l mit mit dem ist es denn wirklich so schlimm ist es nicht eine chance für den neuen wald aus der kahlfläche neuen wald hochziehen ist erstmal viel 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 schwieriger und dauert viel 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 länger als ein waldumbau im noch stehenden wald denn wald ist grundsätzlich ein ökosystem das sich im wald vermehrt also es gibt weltweit ein paar waldsysteme die müssen wirklich vollständig zusammenbrechen da darf kein bau mehr stehen bevor dann überhaupt eine verjüngung einsetzt und ein neuer wald vollständig aus dem nix aus dem nicht bestehenden wald wieder hoch wächst aber im regelfall ist es tatsächlich so dass wald aus wald entsteht das heißt die fläche bleibt wald und in riesen geräumte kahle fläche eine kahlfläche wie wir sie ja zurzeit in deutschland überall sehen können wir danach suchen wollen die so ist eigentlich nicht natürlich und das ist auch nicht im sinne der wald ökologie dass die die bäume an sich wenn man sie einfach machen lässt können mit so einer fläche erst mal wenig anfangen und drum dauert das einfach sehr sehr lange bis die ohne dass wir nachhelfen nennenswert wieder hoch kommt also der wald auf der fläche und will man das jetzt pflanzen dann hat man auch nämlich das problem dass längst nicht jeder baum weil wie gesagt wald verjüngt sich im wald und aus dem wald kommt mit so einer kahlflächensituation kommen viele bäume nicht klar zum beispiel die buche wenn man sie jetzt eben als light stabile climax baum art verwenden wollen dann können wir da einfach keine buche darauf lanzen auf die kahlfläche keine chance die geht ihr sofort ein warum naja weil das kronendach fehlt die kriegt also volle kanne uv strahlung sonnenlicht und so weiter und sofort volle kanne drauf trockenheit volle kanne drauf weil der boden trocknet aus durch das licht das ist generell ein problem ganz wichtig kommen man gleich so und frost tatsächlich ja wenn die bettdecke fehlt die schützende decke oben drüber dann sind auch bödenfröste viel 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 intensiver im winter ist es im wald je dichter der belaubt ist tatsächlich viel wärmer als draußen wer es nicht glaubt das mal ausprobieren auf dem zugigen feld stehen und frieren in den wald gehen und hoppla ist ja wieder viel wärmer hat jeder bestimmt schon mal erlebt der man darauf geachtet hat wenn ich mag es mal wenn es mal irgendwann jemals wieder kalt werden sollte und probiert das mal aus gleicher effekt im sommer im wald kühler als draußen weil die sonne nicht so drauf brutzelt und genau das weil die sonne nicht so drauf brutzelt führt eben dazu dass im wald kaum eine austrocknung des bodens oder deutlich deutlich langsamer eine austrocknung des bodens stattfindet auf der freifläche hingegen hat so sofort und selbst wenn es dann da mal regnet dann fällt der regen möglicherweise ein starkregen gewitterregen auf die ausgetrocknete fläche spült den lockeren boden der da jetzt ausgetrocknet in trocken so kleinen trocken klumpen darum liegt einfach weg von der fläche und dann haben wir da überhaupt keinen boden mehr sondern bestenfalls noch so ein paar sandige klumpen schlimmstenfalls im grunde nur grobes geröll vielleicht noch feines geröll dazwischen möglicherweise auch kies aber ein kiesbett ist wirklich keine gute wachstumsbedingung für die allermeisten baumarten die wir so haben und insbesondere nicht für die baumarten die wir gerne haben wollen auf so einer fläche wenn wir nämlich neuen wald eben mit klima angepassten baumarten starten wollen tatsächlich ist nun mal und das habe ich im entsprechenden video dieser kommentar auch drunter stand ja auch gesagt man hat unter anderem damals deswegen so viel wichtig gepflanzt weil die sich halt auf die kahlfläche pflanzen lässt es hätte wenn man eine kahlfläche immer hat dann gibt es gar nicht so viele alternativen zur fichte die man da einfach so drauf pflanzen kann also man darf sich wirklich eine riesen kahlfläche nicht als reset der waldfläche und jetzt pflanzt den wald in zukunft haben möchtest nur nach beliebiger nach beliebiger vorstellung so darf man sich das nicht vorstellen eine kahlfläche ist extrem schwierig wieder zu bewalten das macht sie irgendwann auch von alleine aber irgendwann von alleine das ist je nach situation ganz unterschiedlich aber 20 bis 30 jahre dauert das auf jeden fall so und jetzt hat hat der andreas ja auch schon angesprochen problem enorme probleme bei der holz beschaffung aber das ist das ist das ist wirklich enorm das problem hat das darf man auf keinen fall ignorieren wie riesig dieses problem eigentlich ist weil wenn man ein wirklicher naturfreund sein möchte ja meiner meinung nach dann sollte man auch über den eigenen vorgarten und meinetwegen auch den eigenen wald hinterm eigenen dorf hinaus über die natur nachdenken weil natur gibt es nur als ganzes letztendlich ist das ganze gesamte planetare ökosystem die natur und wenn davon teile zusammen brechen hat das fast immer auch rückkopplung auf alle anderen teile das heißt uns ist nicht geholfen solange nur unser wald hinterm haus noch in ort intakt ist und alle an der rest der welt interessiert uns nicht das ist liegt uns im blut das liegt in der natur des menschen das weit weg weniger interessant ist das direkt nebendran passierten dorf ein mord im eigenen 500 seelen dorf sensation aufregung schrecken furchtbar wird in new york mal wieder eine abgeknallt interessiert uns relativ wenig so funktioniert der mensch ist das dumm ja schon irgendwo man sollte eigentlich ja schon davon ausgehen dass menschen überall gleichwert sind und ein mord in new york genauso schlimm ist wie morgen hintertupfingen aber so funktionieren wir halt leider nun mal nicht obwohl vielleicht ist es auch ganz gut weil man sich darüber nachdenkt dass man sich bei jedem jeden mord der irgendwo auf dem planeten passiert und jedes mal erfährt man es oder jedes mal stirbt einer einer schlimmen krankheit und jedes mal ist man persönlich betroffen man würde relativ schnell wahnsinnig werden von daher vielleicht auch gar nicht so verkehrt aber gut das sind jetzt philosophische themen was wir im hinterkopf behalten müssen ist wenn wir bei uns eine lücke von 40 jahren holznutzung haben weil wenn es 40 jahre dauert bis auf den kahlflächen die wir jetzt haben wie dann vernünftig nutzbarer wald steht dann haben wir insgesamt und das dürfte noch viel länger dauern weil der muss ja noch groß genug werden haben wir eben in dem zeitpunkt wo die fichten eigentlich hätten geschlagen werden sollen die jetzt alle gleichzeitig umgefallen sind der von denen wir nur einen bruchteil sinnvoll nutzen konnten was einfach zu viele waren der rest liegt jetzt in china man muss übrigens bei der sache mit den nach china exportierten fichten auch sagen die liegen da ja nicht einfach nur rum und werden da jetzt nicht genützt weil sie sind in china auch zu irgendwas gut auch da ist das ein wertvoller rohstoff und die werden das zeug nicht importiert haben für immer noch relativ viel geld weil die transportkosten relativ teuer sind auch wenn sie es über uns zum ramspreis bekommen haben aber die transportkosten bleiben hoch die werden damit schon irgendwas sinnvolles anstellen und letztendlich ein passiv energiehaus wenn es in china steht hilft genauso dem klima wie wenn es in deutschland steht ja nur dass sie das daraus gebaut haben ist zugegebenermaßen relativ unwahrscheinlich keine ahnung was die chinesen mit unseren fichten jetzt anstellen aber irgendwas halbwegs sinnvolles werden sie bestimmt damit machen einfach nur für brennholz lohnt sich das nicht da können sie welches aus irgendwelchen nahegelegenen ländern klauen machen sie ja sowieso immer und müssen da gar nichts für zahlen so aber ja das ist der knackpunkt alles was jetzt an holz über das maß was wir regulär hätten ernten wollen geschlagen ist das wird uns dann fehlen wenn es regulär hätte geschlagen werden sollen so und da wir bis dahin keinen reduzierten holzbedarf haben da fängt nicht plötzlich an der baumarkt ein schild auf zu hängen leider wegen dem dürre sommer 18 19 und 20 gibt es jetzt die nächsten 15 jahre in diesem baumarkt kein holz mehr aber wir haben ziegel mit 5 prozent rabatt das wird nicht passieren dann muss das holz woanders herkommen dafür sind wir zu wichtig zu reich zu wohlstandsgesellschaft zu kann man nennen wie man lustig ist wir werden auf jeden fall importieren was uns fehlt was bei uns nicht da ist muss importiert werden so und dummerweise hat frankreich ein ähnliches problem mit dem wald dummerweise hat österreich ein ähnliches problem also nicht ganz so schlimm weil die einfach höher liegen da haben sie glück was wollte ich jetzt sagen ich wollte jetzt sagen heute ist mit dem fließtext nicht ganz so einfach sorry dass halt eben diese holzimporte dann vor allen dingen aus osteuropa passieren werden das passieren sie heute schon das führt dazu dass der schutzstatus von gebieten die durchaus nah angrenzen an die letzten urwälder vor allem die letzten buren urwälder in rumänien in den karpaten und solchen ecken gerade da angrenzen wird zurzeit jede menge raubbauern walde betrieben was heißt zurzeit schon seit jahren und das wird nicht weniger werden wenn unsere holznachfrage weiter ansteigt und dann irgendwann noch mal viel massiver ansteigen wird weil eine gewisse zeit lang wie aus dem heimischen wald kaum was rausnehmen werden und schon gar kein nadelholz beziehungsweise geeignetes bauholz und dann kann je nachdem wie dann die politische situation ist könnte es auch passieren dass wir fichten aus russland aus sibirien importieren weil ja sind halt fichten und die sind halt noch zu kriegen und dass bei uns gar keine gibt es auch die transportkosten aus sibirien bis zu uns dann auch kein großes problem mehr mit dem lkw 3000 kilometer über die autobahn oder 4000 oder 5000 oder 6000 was weiß ich und kann man dann immer noch bezahlen zumal die produktionskosten da wo es herkommt wahrscheinlich nahe zu null sind möglicherweise haut man die auch einfach aus dem gebiet das gar niemandem gehört in sibirien könnte solche landstriche tatsächlich noch geben oder zumindest wo keiner so genau weiß wem es gehört vorsichtig ausgedrückt und ja immer noch günstiger und das ist schon ein knackpunkt ja also was was wir sind einfach als als importnation angeblich sind wir immer eine export nation aber wir sind auch eine importnation gerade was rohstoffe angeht die wir nicht selber produzieren können bisher konnten wir holz eigentlich einigermaßen gut selber produzieren wir haben aber auch immer holz importiert insbesondere die schlechten qualitäten weil die in deutschland zu gewinnen tatsächlich schon wieder zu teuer ist holzerntekosten sind holzerntekosten ob du jetzt ein baum mit tipptopp qualität umsägt oder einen mit schrott die holzerntekosten bleiben ungefähr gleich und wenn du eh nur schrott umsägt dann kannst du dir auch überlegen ob du zur biodiversitätsanreicherung den schrott nicht einfach stehen lässt oder den schrott einfach von alleine umfallen lässt und solche späße und stattdessen dann billigholz deine schlechten holzqualitäten lieber aus polen importiert weil es ist billiger als wenn man sie bei uns umsägt das findet auch ein stück weit absolut statt und das wird einfach riesige ausmaße annehmen möchte ich prophezeien und das ist ökologisch dann sehr wohl auch ökologisch ja nicht nur ökonomisch dass das werden wir nicht merken am holzpreis das merken wir wahrscheinlich gar nicht nur das ist ja billig das zeug aus dem osten aber ökologisch ist das eine große große katastrophe und hat große auswirkungen auf viel wertvollere wälder als das allermeiste was wir jetzt zum beispiel verloren haben nämlich eben die urwald nahen wälder in den kapaten beispielsweise wenn man dann halt von da irgendwelche laubhölzer nimmt da gibt es größtenteils laubhölzer aber eben auch auf wirkliche urwälder in sibirien weil die taiga der nadelwald der nordhemisphäre nadelwaldgürtel nicht nur der nordeuropäische nicht auch nur der nordasiatische sondern geht ja einmal komplett um den globus das sind noch echte urwälder zu großen teilen tatsächlich die sehen nicht aus wie ein dschungel klar aber urwälder sind es trotzdem und ihnen extrem wertvoller lebensraum und die platt zu machen das dauert ewig bis die nachwachsen nicht weil die böden dann kaputt sind wenn man es platt macht das ist entropen das problem dem böden wird das relativ egal sein ob du da mal eben die bäume fällst sondern einfach weil es da halt immer noch so kalt ist dass das nur langsam wächst wird auch in zukunft immer noch zumindest so kalt sein dass es bei langsamen baumwachstum bleibt also selbst wenn sich die wachstumsrate da oben mit 50 prozent um 50 prozent erhöht das ist immer noch sehr sehr langsam 50 prozent von ganz langsam obendrauf schlagen was noch immer nicht schnell gut also das sind so ein paar aspekte die ich jetzt hier einfach noch mal wiederholen wollte das sage ich bestimmt nicht zum ersten mal aber ist wichtig ganz wichtig ja und dann der knackpunkt dass in bayern tatsächlich noch nadelbäume unter unter laubbäume gepflanzt werden bzw laubbäume gefällt um nadelbäume zu pflanzen das bildet bildet eine schöne brücke zu unserem nächsten thema das dann nämlich lautet was machen denn die privatwaldbesitzer so falsch ich habe mich im livestream ja tatsächlich ein bisschen abfällig zu manchen privatwaldbesitzern geäußert ich hoffe ich habe tatsächlich betont dass ich manche privatwaldbesitzer meine wenn ich aber doch das habe ich bestimmt gesagt also ganz so ganz so verallgemeinern bin ich ja normalerweise nicht ja und was die falsch machen ist die pflanzen tatsächlich immer noch fichte und sie sitzen nicht in bayern weil das ist der klackpunkt zum kommentar von ursula hahn dass eben in bayern tatsächlich eine der wenigen regionen insbesondere eben in oberbayern plus minus alpenrand also spätestens ab 1000 metern meereshöhe da ist die fichte tatsächlich auch noch zukunftsfähig zumindest nach dem aktuellen prognosestand da sieht es auch heute noch vergleichsweise gut aus da haben wir nur wenig schäden im wald wir haben teilweise sensationelle belaubungswerte beziehungsweise benadelungswerte nahezu ungeschädigte waldbilder am gerade im voralpenland gerade da sieht es von den zahlen her wirklich toll aus und das was ich gesehen habe wenn ich mal da war die letzten jahre das war zwei dreimal der fall das sah auch ziemlich toll aus ja und da könnte es jetzt tatsächlich passieren dass der eine oder andere gewinn maximierende waldbesitzer vielleicht eben diesen gewinn maximierenden gedanken jetzt noch weiter ausbauen möchte habe ich ja eingangs schon mal erwähnt gehabt je nachdem wie viel buche du in deinem wald hast ist ein wald stabiler schmeißt aber weniger geld ab je nachdem wie wenig buche du drin hast schmeißt du immer mehr geld ab wird aber immer instabiler so und jetzt ist leider eben teile von bayern was heißt leider das ist gut das ist nichts schlechtes ist dann halt eben eine region in der tatsächlich die fichte auch hingehört ja das ist ja ein gebirgsbaum und im voralpenland gehört sie hin punkt hat das ist gar keine frage dass da dann irgendwann fichtenwälder einfach die natürliche bestockung sind und die ist auch noch stabil ja und 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 da kann man dann eben tatsächlich weil das die erfahrung zeigt und auch die daten die ihr auch besser werden sie sind doch längst nicht gut aber sie werden besser für die zukunftsprognose sagt dass in bayern die fichte also in oberbayern im alten vorland bayern die fichte tatsächlich in zukunft eine zukunft haben wird ein zukunftsbaum würde ich jetzt nicht sagen aber eine zukunft haben wird dass man dann tatsächlich die vorsicht zurückschraubt den buchenanteil oder den sonstigen laubbaum anteil zurückschraubt den fichtenanteil erhöht in der hoffnung dass gerade wenn die fichte im rest von deutschland knapp werden wird in der zukunft in den paar regionen wo fichte noch angebaut werden kann stabil und sicher man sich damit ein goldenes näschen verdient ja und diese vermutung heißt dass der grund ist dass hier ein waldbesitzer offensichtlich jetzt doch noch mal fichten zugunsten von buche pflanzt das ist zumindest ökonomisch keine schlechte idee ökologisch sicherlich doch ein fichten mischbestand wäre nämlich der natürliche wald der vorberg zone erst wenn du wirklich wirklich weit hoch kraxels in den alten dann kommt der fichten rein bestand der natürliche davor wäre immer ein fichten mischwald mit gemischt mit zum beispiel bergarhorn zum beispiel mit tanne zum beispiel mit buche in den tieferen lagen und noch diverse andere bäumchen die da gerne mal dazwischen stehen auch viele pionierbaumarten birke vogelbeere ulme gehörte die berg ulme gehörter normalerweise auch noch rein wenn es wo es die noch gibt und wenn es die noch gibt zum beispiel ja das ist an sich wirklich ein ganz ganz tolles ökosystem und das wäre schade wenn man das jetzt auch nur wieder eben mit fichte aufforstet einfach weil die fichte dann noch geht und dann rein aus wirtschaftlichem interesse dass das ein stück weit aber gemacht wird kann ich den jeweiligen waldbesitzern auch nicht hundertprozentig übel nehmen dass die mit ihrem grund und boden möglicherweise geld verdienen wollen wie sie es schon seit jahrhunderten eben auch gemacht haben also gerade die relativ großen privatwaldbesitzer in bayern da gibt es viele die ziemlich viel privatwald haben es gibt auch viele die nur ein winzig 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 kleine stück haben das gibt es auch ja dies spielen jetzt keine so große rolle aber gerade die größeren privatwaldbesitzer haben da schon immer von gelebt oder zumindest anteilig von gelebt und das war denen ihr sparbuch und die gedanke damit vor allen dingen geld zu verdienen ist da relativ präsent das muss man jetzt nicht gut finden aber das ist die erklärung ja darum könnte ich mir das eben erklären dass das damit eine rolle spielt da wären wir irgendwo anders und jetzt noch mal zu meinem anderen kommen letzten kommentar vom urs heuberger noch mal einzugehen was machen denn die privatwaldbesitzer so falsch wenn sie eben nicht in der fichten fähigen region sitzen und trotzdem fichte pflanzen insbesondere im reinbestand dann machen sie genau das falsch und das machen sie seit 40 jahren etwa falsch war seit 40 jahren findet das immer noch statt sage ich mal seit 30 jahren nur noch im privatwald bis ganz auf ganz seltene ausnahmen dass es mal tatsächlich einen sehr schlechten kollegen von mir gibt der tatsächlich immer noch wichtig gepflanzt hat obwohl er forst gelernt hat das gibt es auch hin und wieder mal keine frage das ist aus meiner sicht dann wirklich ein schlechter kollege der den schuss nicht gehört hat aber kommt natürlich vor und fichte rein bestand hat sich erledigt außer schwarzwald hochlage hoch hoch schwarzwald lage da kann man dann drüber nachdenken ob das eine gute idee ist eher nicht aber da könnte man sagen wir probieren es noch mal könnte klappen so dann harz hochlage also quasi eigentlich fast nur der nationalpark der da in frage kommt um den brocken drum rum und so weiter und so fort damit trockenheits angepasster harz autochtoner fichte nach möglichkeit zu arbeiten um da die verlorenen fichtenwälder die eben nicht autochtone fichte waren wieder zu ersetzen was heißt autochton standort heimisch heißt es gab ursprünglich mal einen fichtenwald der nach der eiszeit irgendwann mal in den harz gewandert ist vor 8000 jahren irgend so was um den dreh da dann gewachsen ist sich immer vermehrt hat vermehrt hat vermehrt hat vermehrt hat vermehrt hat und dann war da immer noch ein fichtenwald irgendwann kamen wir und haben diesen original fichtenwald diesen autochtonen standort heimischen seit jahrtausenden umgesägt haben wir festgestellt scheiße jetzt fehlen hier die fichten wir sehen mal neue fichten dummerweise hat man fichten saatgut von irgendwo genommen und nicht das was da seit jahrtausenden schon stand also das wissen das genetisch überlieferte wissen der alten fichten über jahrtausende das ist auf dem wege quasi verloren gegangen und ersetzt mit einem überlieferten wissen von anderen fichten die ganz woanders standen auch über jahrtausende da hast du recht auch über jahrtausende irgendein wissen aufgebaut haben aber halt nicht das zu wie stehe ich am brocken und das erklärt dann auch warum eigentlich im fichtengebiet um den brocken drum rum trotzdem jede menge tote fichten zu finden sind weil es halt nicht mehr die angepassten für den brocken angepassten fichten sind wenn wir jetzt wieder nach und nach insbesondere die nächste fichten generation wieder von alleine kommt ist schon besser angepasst als die vorangegangene die wissen auch dass es dreijährige dürreperioden gibt das heißt wenn man da jetzt einfach die fichte wieder hoch wachsen lässt was man tut weil es ein nationalpark da lässt man alles so passieren wie es passiert dann ist durchaus anzunehmen dass die viel stabiler sein werden und denen möchte ich zum beispiel eine gewisse zukunftsfähigkeit unterstellen so nächste region bayerischer wald da hat man auch gesehen gerade nach der borkenkäfer katastrophe am war es der große aber oder was der lusen ich schmeiße die immer durcheinander der eine hauen schutzgebiete andere hatte die borkenkäfer katastrophe ja ich glaube es müsste der lusen gewesen sein da ist hinterher derart gut die fichte wieder hochgewachsen weil auch da die fichte ein stück weit hingehört und stück weit tatsächlich die natürliche vegetation darstellt und die großkatastrophe die die fichte da vernichtet hat einfach auch natürlich passieren kann selbst in naturnahen und komplett natürlichen fichten urwäldern gibt es mal brockenkäfer katastrophen hat dieser käfer den gibt es ja nicht seit gestern sondern den gibt schon sehr sehr lange und er hatte lange zeit sich an die fichte anzupassen und auch eben im boreal nadelwaldgürtel den man ja schon erwähnt haben kommt es mal vor dass ein großes loch vom käfer in die fichte gefressen wird weil sie an irgendeiner stelle zu viel trockenheit abbekommen hat so ja und dann fällt die fichte großflächig aus danach wächst aus dem ganzen gestrüpp aus dem ganzen verhau weil die ja keiner dann abholt die toten fichten sondern die einfach umkippen da wächst dann der nächste fichtenwald wieder hoch darauf ist auch spezialisiert das kann er ganz hervorragend und das wird man im nationalpark harz jetzt sicherlich auf vielen flächen insbesondere wo man überhaupt nichts tut auch sehen dass dann auf den leichen der altbäume die neuen fichten wieder hoch wachsen werden ob das ob die alt werden das wissen man nicht das hängt auch davon ab wie schlimm denn die erwärmung tatsächlich werden wird ja aber der bayerische wald zählt auch noch zu den regionen und dann eben alpenrand deutsche hochgebirge deutsche hohe mittelgebirge bis deutsche hochgebirge auch da hat die fichte noch eine zukunft so wer außerhalb der genannten regionen fichte im reinbestand hinstellt ja im reinbestand wichtig nicht im mischbestand kann man machen kann man an vielen vielen orten wahrscheinlich noch machen aber im reinbestand der ist blöd also zumindest waldbaulich blöd vielleicht ist ansonsten ein super mensch keine kann ich nicht beurteilen aber waldbaulich ist das blöd beziehungsweise ist man ein waldbau depp um da nochmal zu wiederholen was ich auch im live stream gemacht habe was wahrscheinlich unter anderem auch diesen kommentar hier provoziert hat ja also natürlich ist ein privatwaldbesitzer möglicherweise jemand der in jungen jahren seinen wald geerbt hat ohne jemals irgendwas von waldbewirtschaftung gehört zu haben da ist auch nichts schlimmes dran aber da müsste man sich halt irgendwie informieren ob es denn eine gute idee ist jetzt hier nochmal fichte zu pflanzen in vielen fällen ist es aber so dass opa auf dem sterbebett die geschichte erzähle ich auch relativ häufig dem jungen frisch gebackenen jetzt gleich zu erben gleich erbenden waldbesitzer angehender weise noch zu haucht junge pflanz fichten und dann ist er tot ja das ist jetzt sehr böse wieder mal formuliert aber tatsächlich läuft das in vielen fällen ungefähr so ab dass man einfach dieses traditions argument heran zieht das haben wir immer so gemacht und traditions argumente haben insbesondere in bayern und jetzt noch mal ein bisschen mit fiese kommentare und vorurteile rauszuholen haben traditions argumente eine große wirksamkeit dummerweise sind traditions argumente in vielen fällen völliger mumpitz weil nur weil etwas immer so gewesen ist bedeutet das nicht dass das nicht irgendwie anders sein kann nehmen wir an da drüben lag schon immer ein stein jetzt gehe ich hin und nehme den stein mit und lebe ihn woanders hin dann ist jetzt seit von tausenden jahren lag dieser stein hier das ist der einzig richtige ort für diesen stein und trotzdem kann man ihn woanders hinlegen und dann ist es halt nicht mehr so nur weil etwas immer so war daraus entsteht keine notwendigkeit dass das deswegen der richtige zustand ist oder ein unveränderlicher zustand oder nicht möglicherweise doch auch irgendwann die notwendigkeit aufkommen kann sich dann halt trotzdem zu verändern ja und das ist gerade insbesondere für einen waldbesitzer der da ja ein sich langsam entwickelndes ökosystem nun mal besitzt beziehungsweise die rechte daran besitzt man kann ja nicht wirklich land besitzen das möchte ich jetzt an dieser stelle vielleicht noch mal kurz betonen das ist ja nur ein konstrukt in unserer anthropogenen welt dass man tatsächlich irgendwo land besitzen kann die grönländer können das bis heute nicht habe ich auch schon mal erzählt aber du kannst in grönland kein grundstück kaufen das geht nicht du kannst ein haus bauen dann gehört dir der grundriss vom haus aber sobald du von deiner aus der tür raus gehst und irgendwo auf dem nicht bebauten land steht gehört das wieder allen weil du kannst doch kein land besitzen wie soll das gehen und auch die notwendigkeit dass einem sein eigenes haus gehört ist wahrscheinlich mehr so notwendig als dass die das wirklich gut finden würden bis heute ja egal jedenfalls das ist tatsächlich der knackpunkt dass eben viele privatwaldbesitzer eben diesen 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 die fichte hat hat keine zukunft mehr schuss sozusagen einfach nicht gehört haben oder nicht haben hören wollen da kann man sich jetzt glocken was davon der fall ist und sich irgendwie ja dumm oder blind oder taub oder was auch immer stellen wenn es um rat von fachleuten geht und das ist auch halt noch mal so ein stückchen bisschen naiv dass man es man muss halt einfach wissen auch wenn man jetzt zufällig an waldbesitz gekommen ist oder auch wenn man schon seit ewigkeiten waldbesitz hatte das wissen über den wald hat sich verändert unter anderem auch das wissen über den sinn und zweck der fichte und dass da eine veränderung passiert ist das muss man einfach zur kenntnis nehmen man muss entsprechend handeln meiner meinung nach so und das ist so das problem mit manchen privatwaldbesitzer ganz wichtig mit manchen es gibt auch viele die machen es toll es gibt auch viele die machen es richtig es gibt viele die machen alternative waldmodelle gar nicht so sehr das was die reguläre gelernte studierte forstwirtschaft so treibt das funktioniert auch oft aber es sind selten fichten reinbestände beziehungsweise ich habe noch nie einen funktionierenden fichten reinbestand außerhalb der genannten gebiete gesehen dem ich unterstellen wollen würde dass der in keine ahnung 40 50 jahren noch steht je nachdem wie jung die bäumchen jetzt sind auch in zehn jahren oder meinetwegen auch nächstes jahr wie gesagt es kommt immer ganz darauf an wie jung oder wie alt die bäumchen noch noch oder schon sind so und ich glaube das reicht eigentlich an dieser stelle mehr kommentare habe ich nicht beziehungsweise den von jemü habe ich ja mit eingebaut warum wurden wir wurden nicht nach und nach die fichten abgeholzt und andere bäume gepflanzt wenn man das fichten sterben doch hat kommen sehen das ist eben die geschichte mit dem voranbau der ja in vielen staatlichen beziehungsweise kommunalen forstämtern tatsächlich auch passiert ist weil da eben gelernte förster arbeiten und nicht irgendein privat wann der dann letztendlich die alleinige entscheidungshoheit hat übrigens privatwaldbesitzer werden häufig vom förster beraten oder können sich zumindest den förster holen damit er sie berät sie sind dann aber nicht unbedingt verpflichtet das dann auch genau so zu tun und in der frage der baumartenwahl welchen baum will ich denn bei mir hinstellen und so weiter und so fort gibt es erstaunlich wenig vorgaben in den meisten landeswald gesetzen das ist immer auf landesebene warum dass das auf landesebene spielt natürlich dann auch noch mal eine große rolle dabei dass man jetzt sagen könnte irgendein landwirtschaftsminister der immer gleichzeitig forstminister ist könnte da ja mal gesetzlich irgendwie was unternehmen gegen den weiteren anbau von fichte im rheinbestand aber das funktioniert nicht so einfach das müsste dann ins bundeswaldgesetz und das ist schwierig weil das bundeswaldgesetz eben den bundesländern sehr viele eigene vollmachten einräumt und den bundesländern vollmachten wegnehmen das in neues in neue form ins gesetz packen das muss erst mal durch den bundesrat und im bundesrat sitzen ja bekanntlich die bundesländer und die haben keine lust sich vollmachten wegnehmen zu lassen und werden dann plus minus geschlossen wahrscheinlich dagegen sein ergo der herr öztemir kann da nicht viel machen die julia konnte im übrigen auch nicht viel machen nicht dass ich versucht hätte aber ja muss man sehen vielleicht kommt er ja doch noch auf irgendeine idee das war's man beachte den baum wartet wisst ihr was wir gucken hier noch mal hoch nur damit ihr mal wisst wo ich hier sitze ne also das ist schon das ist schon ein toller baum so das war's macht's gut bis zum nächsten mal tschüss 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 bis zum nächsten mal tschüss